Ich bin Maik Brünnboch, bin seit zwei Jahren bei Isotec und arbeite hier als Abdechtungstechniker. Guten Morgen! Ich fange morgens an, am Platz, da treffen wir uns, besprechen die Baustellen, ich kriege meine Baustelle zugewiesen. Dann wird der Bulli beladen, dann mache ich mich auf den Weg zur Baustelle. Die Bandbreite von unseren Kunden ist recht groß, wir arbeiten vom Einfamilienhaus bis öffentlichen Gebäuden, großen Mehrfamilienhäusern, Tiefgaragen, Parkgaragen. Der Spaß daran ist halt, dass jede Baustelle anders ist, man ist sehr individuell, hat immer wieder neue Herausforderungen und hat aber auch von Isotec dabei, durch die Materialien immer sehr gute Möglichkeiten diese zu lösen. Wir sind jetzt ungefähr seit vier Arbeitstagen hier. Guten Morgen Frau Balzer! Hallo Herr Brünnboch, ich grüße Sie! Hallo! Und dann brauchen wir jetzt ungefähr nochmal so drei bis vier Tage, bis dann die Arbeiten abgeschlossen sind. Die Motivation ist, den einzelnen Aufbau zu sehen, zu sehen wie die Baustelle sich entwickelt, zu sehen, dass man wirklich ein großes Problem des Kunden lösen kann mit der Arbeit. Wir machen heute die Isotec Kombiflex, das ist ein Teil unserer Arbeit, gehört zu der Innenabdichtung, auch zur Außenabdichtung. Unsere Palette ist sehr ausgewogen, wir können sehr viel schöner Sachen anbieten. Das Besondere ist, dass diese Materialien wirklich getestet sind, dass man wirklich mit dem Bewusstsein auf die Baustelle geht, was ich hier mache, funktioniert. Die Verfahren sind getestet und man weiß wirklich, dass man hier Materialien verarbeitet, die am Ende wirklich auch das Problem beheben und dass man dem Kunden mit klarem Gewissen sagen kann, ihr Bau ist jetzt dicht und das hat funktioniert. Man weiß schon, was nötig ist zu machen, das wird auch ernst abgesprochen, aber natürlich ist auch immer wieder ordentlich Spaß mit dabei. Als technischer Mitarbeiter geht man die erste Zeit mit einem erfahrenen technischen Mitarbeiter mit, der bringt einem die Grundschritte bei. Nach einer gewissen Eigenarbeitungsphase geht es dann nach Köthen in die Zentrale, dort wird man dann nochmal in allen Gewerken geschult und kann dann nach einer gewissen Zeit alleine auch mal seine erste Baustelle machen. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht, dass jemand Spaß daran hat, dass jemand sich engagiert und man wirklich irgendwann sieht, er macht seine eigene Baustelle. Wir haben in vielen Bereichen Lehrgänge, vom Flexband, Flüssigkunststoff, jetzt ist ein neuer Kurs gekommen, Profis der Bauwerkabdichtung. Es ist wirklich eine sehr gute Weiterbildungsmöglichkeit, die man hier hat. Wunderbar gelaufen heute, bin bestens zufrieden. Dann lass uns Feierabend machen. Bis morgen. Ja, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.